Wir haben alle noch ordentlich gefahren, was weiß ich nicht. Ja, Final 9 habe ich auch noch, weil das habe ich dir nämlich damals nicht ausgeliehen. Ja, Baby. Guten Tag, die Damen. Doch. Vielleicht geben wir jetzt mal. Marco nicht, wenn er so eine Suizidaktion bringt, dann vielleicht. Na, auch nur noch kurz an einem Spiel, der ist schon im ersten Spiel, das geht schon ab. Oh, da ist das so. Hm. Der Turm ist in der Dastatur. Okay, er passt alles. Sehr interessant hier auf jeden Fall. So. Ja, und ich bin jetzt Pantheon, so anfällig. Glaub ich. Schatz, ich... Je länger die Combo, desto mehr Schaden. Ja. Du musst nur noch mal... Nicht. Du weißt doch, warum ich dich nicht... Ich muss nur noch schafften... Ja, ja. Ja, echt. Ist ja gut, meine Kinder, ich mach ja schon leiser. Aber ich hör dann halt nix mehr. Der Wind ist frei, doch der Sand geht, wohin er weht. Nichts ahnend von der Welt. Darf ich auch was hören? Wirbelnd auf dem Atmen der Götter. Ausgabe bei der Gnade der Schmuss der Innerpastung. Was ist für ein Sandkorn in der Wüste? Ein Korn, mitten im Stich. Ich bin jetzt nicht sicher, ich kann es nicht mehr, Baby. Hey, Pig. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich sag doch, sie ist nicht hier lang. Weiter. Hey, sag mir wenigstens euren Namen. Genau. Boah, gleich mal Gefälle hier. Nix zum Springen. Was, schon die erste Trophäe? Hey, komm zurück! Ich hab' hier mit Bier was schon. Nein. Oh. Mhm, 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 okay. Geil. Das war... Was? Oh, hä? Aber ich seh' irgendwie nix auf dem Fernseher. Ah, okay. Und zu springen und entlang zu laufen. Oh, zwei böse Schlingeln. Echt mal Interessant Jetzt bin ich sicher, wir hätten darüber geredet, was? Ist ein guter Esel? Das? Und sie kriegt ein Vermögen in Gott? Macht, dass ihr wegkommt. Wenn sie euch nicht bei mir sehen, ist alles gut. Hey, Esel! Hättet ihr das nicht ein bisschen früher sagen können? Interessant, da kletterst du dir. Oh, das war aber nix. Ah, ah, Sango macht Sachen falsch, oh mein Gott. Und jetzt liegt man hier. Nein, er hat nix damit zu tun, nein! Echt mal, wir müssen wieder den Namen erfahren. Wie habt ihr... Ich hab dich. Sie bewegen sich. Wie habt ihr das gemacht? Ich, ich weiß nicht. So, so. Und dass ich glaube, man kann sich nicht zufällig der Grund dafür, dass man uns töten will. Die wollen nicht uns töten. Die wollen euch töten. Gut, reden wir nicht. Sag mir nur, wie wir in Conneroyen. Nein, ich kann nicht fliehen. Ich muss zum Tempel. Zum Tempel, also. Okay. Ich bin mir so oft hier eingestellt. Ich bin jetzt mal Rage, aber. Ihr könnt mich wirklich runterlassen. Gebt sie frei! Ja, mal schauen, was wir eigentlich erst zugegeben haben. Ich bin gestürzt. Mein Esel ist weg und irgendwer wirft mit Stein. Schreibt es nicht zu Fuß. Echt mal. Gebt sie frei! Ist doch nicht meine Geisel. Lass sie gehen. Die Leute haben euch weg. Ich weiß gar nicht. Ist das da unten... ...mein Helfbalken oder seiner? Ja. Das aussieht seiner. Lass sie den Kink wieder laufen. Ja. Gut, dann wo ist der Morgana? Geht vor. Ich folge. Ich stehe den Kink. er sei noch ein bisschen schiebt was fast fast der helft macht er da okay Was ist mit Dreieck? Sieht aber nicht so gut aus hier. Oh, 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 oh.